Die hinsichtlich des Kosten- und Flächenbedarfs günstigste Rampenform ist die Kopframpe. Der LKW lässt sich bei dieser Rampenform jedoch nur über die schmalze Stelle, das Heck B und End laden. Diese Rampenform findet sich vor allem in Bereichen, bei denen das Laden aus konstruktiven Gründen nur an dieser Stelle möglich ist. So zum Beispiel bei Kühlfahrzeugen, Fahrzeugen mit Laderampen oder Seekontainern. Die Seitenrampe kann bei Fahrzeugen mit Standardpritschen eingesetzt werden. Das B- und Endladen erfolgt dabei über die gesamte Seite, ohne langwieriges Manövrieren auf der Ladefläche. Eine die Vorzüge der Seiten- und der Kopframpe verbindende Rampenform ist die sägezahnförmige Rampe. Hier kann wahlweise über die Seite, über das Heck oder über Seite und Heck geladen werden. Eine schnellere B- und Endladung eines LKWs lässt sich nur mithilfe einer Dockrampe realisieren. Das Laden kann hier von drei Seiten erfolgen. Allerdings sollte dabei der erhöhte Flächenbedarf und die Größe der Rampe berücksichtigt werden.